Der Angeklagte Franz Murer wird beschuldigt, Verbrechen begangen zu haben. Nicht schuldig in allen Anklagepunkten. Mörder! Mörder! Der Herrgott kann euch verstehen und euch verzeihen. Am Mörder ab. Wenn er in seinem weißen Fiake durchs Ghetto fuhr, da sagte man, da fährt der Tod. Alles Lüge! Franz Murer ist ein Idealist. Ich fordere die Todesstrafe für diesen Mann! Wir waren uns doch einig, dass wir aus diesem Fall kein politisches Kapital schlagen. Die Todesstrafe der Todesstrafe Eug, waren Eug. Hat aber nicht kein 80 Thesen eigen.